Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder mal einen Gruß aus der schnellen Küche. Weihnachten. Tja, was schenkt man? Am schönsten sind natürlich selbstgemachte Geschenke. Selbstgemachte Geschenke aus der Küche. Wie zum Beispiel irgendwelche Marmeladen, Gelees oder auch Pralinen. Pralinen herzustellen ist nicht so ganz einfach. Ich habe jetzt etwas ganz Schnelles herausgesucht, was ich euch zeigen möchte, und zwar Meranernüsse. Meranernüsse bestehen aus Marzipan und Pistazien. Ich zeige euch jetzt mal die Zutaten. Wir haben hier einmal 50 Gramm gemahlene Pistazien, 500 Gramm Mittelmeermarzipan, etwas braunen Rohrzucker und Walnüsse, Walnusskerne. Man kann als Alternative auch gerne Pekanüsse nehmen. Ich habe mich heute mal für Walnusskerne entschieden und ein Glas, wo wir die Köstlichkeiten hineinfüllen. Also ich habe jetzt hier eine Schüssel. In die Schüssel gebe ich jetzt das Mittelmeer-Roh-Marzipan, also aus Mittelmeermandeln. und die gemahlenen Pistazienkerne. Die ganze Masse wird jetzt mit den Händen verknetet. Also schön verknetet mit den Fingern, dass die Pistazienkerne, das ist eine schöne weiche Masse, dass sie in der ganzen Masse zu finden sind. So, jetzt haben wir hier diese Kugel aus Pistazien-Marzipan. Ich habe jetzt schon mal eine Rolle geformt, je nach Dicke wie ihr das möchtet. Man kann die dicker oder dünner machen und schneide die jetzt ungefähr in, also so zwei Zentimeter. Und jetzt kommt der Clou, jetzt drücke ich die Walnusskerne an die Seiten. Seht ihr? So, und die nächste. Hm, das ist ein bisschen Fusselarbeit. Ich halte nämlich nebenbei noch die Kamera. Weil ich keine Kamerafrau oder Mann hier habe, heute nicht. So, und dann wird zu guter Letzt das Ganze in dem Rohrzucker gewälzt. So, fertig. Wie gesagt, man kann auch Pekanüsse nehmen, aber mit Walnüssen schmeckt das auch sehr lecker. Wenn man die fertig kauft, sind die ziemlich teuer. Klar, gutes Marzipan und Pistazien haben ihren Preis. Das ist ein tolles Mitbringen für Leute, die Marzipan mögen. Also das ist wirklich ganz einfach. Hier sind die Rollen in kleine Stücken geschnitten, dann rechts und links so ein Walnusskern und in Zucker gewälzt und fertig sind die Miranernüsse. So, das sind jetzt die fertigen Miranernüsse. Das ist eine ganze Menge, ne, von 500 Gramm Marzipan. Ja. Also ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Geschenk. Macht was her, sieht nach was aus. Und ich kann euch nur sagen, sie schmecken fantastisch. So, meine Lieben, das war jetzt die spontane Geschenkidee, Miranernüsse. Pistazien Marzipan ist einfach was ganz Edles, weil Pistazien sind teuer. Also was hat das jetzt alles gekostet? Die 500 Gramm Mittelmeer Marzipanrohmasse kosteten so 9 Euro. Ich habe das alles in so einem Gewürzladen gekauft. In Frankfurt gibt es so einen ganz alten Gewürzladen und die Pistazien, die gemahlenen Pistazien, die haben, was haben die gekostet? Weiß mal so 5 Euro. Und okay, die Walnüsse, die sind Bio-Walnüsse, die kosten so eine kleine Tüte 3 Euro. Also, naja, kommt ein bisschen was zusammen. Deswegen ein edles Geschenk, also nicht irgendwie so ein Pralinkasten. Und der Beschenkte freut sich bestimmt, weil man hat das selber gemacht. Das ist Handarbeit und man hat sich Mühe gegeben. Na klar, das ist ja Arbeit. Man macht sich einen Korb, man kauft es ein. Man macht die Pralinen, verpackt es schön. Und das ist irgendwie so eine Wertschätzung demjenigen gegenüber, der es bekommt. Also hier, ich schenke dir jetzt Pralinen. Ich finde, das ist auch ein schönes Mitbringsel jetzt so zum Adventscafé, wenn ihr eingeladen seid oder so. Anyway, also ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ihr könnt als Alternative, wer jetzt Walnüsse nicht mag oder irgendeine Allergie hat, ihr könnt auch Pekanüsse nehmen. Ansonsten, nur diese Rohmasse geht auch. Diese Pistazien-Marzipan-Rohmasse. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao. 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 Ciao.